Zum Einschalten des Ventis MX4 halten Sie die On-Off-Modus-Taste für ca. 3 Sekunden gedrückt oder so lange, bis die Hintergrundbeleuchtung der Anzeige aufleuchtet. Das Gerät wird mit laufender Pumpe, falls sie angebracht ist, eine kurze Aufwärmphase durchlaufen, in der die akustischen, optischen und vibrierenden Alarme getestet werden. Das Gerät zeigt die Softwareversion auf dem Display an und zählt von 20 an rückwärts als Teil seiner Aufwärmphase. Danach zeigt das Display die aktuellen Werte in Echtzeit an.